Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge meines Let's Plays vom LS17 auf der Hof Bergmann. Die Ballensituation hat sich schon ein bisschen beruhigt. Also ich habe die meisten jetzt aufgeräumt, die Silageballen habe ich auch umgestapelt. Also ihr seht, da hatte ich das gemeint, dass ich eben hier in die Lücke noch so einen halben Stapel reinquetschen kann. Dann habe ich die Silageballen jetzt hier hin gemacht. Da stören sie nicht, hier ist gut Platz. Da haben wir ja zur Not noch ein Silo, falls wir wirklich wieder häckseln wollen und das hier im Fahrsilo machen wollen. Die Strohballen habe ich jetzt angefangen hier zu lagern. So ist das alles aus dem Weg und alles sauber aufgeräumt. Ja, dann würde ich als nächstes mit Feld 3 anfangen, aber... Jetzt müssen wir natürlich erst wieder, oder mal wieder, einen Hofrundgang machen. Das haben wir nämlich schon eine ganze Weile nicht vor lauter Ballen. Und da sehe ich schon, da können wir dann gleich hingegen Kartoffeln auffüllen. Saatgut ist noch voll. Ich habe vorhin auch schon wieder eine volle Ferkelkiste weggebracht. Ja. Wie sieht es denn da aus? Haha, schon wieder zwei. Den Schafbestand habe ich aufgestockt. Also wir haben jetzt 100 Schafe. Mal gucken, was der Tierbestand allgemein macht. Also Schafe haben wir 100, Schweine 74 auch schon wieder. Ja, ja, sind 24 neue dazugekommen. Und Kühe halt, ja, 34. Aber das ist auch völlig okay. Weil ich bin eben immer noch dazu gekommen, Milch zu verkaufen. Aber das können wir auch gleich noch machen. Also keine Angst, heute gibt es kein Feld 3. Ja, hier sind die Ferkelchens. Hört ihr es, wie sie sich freuen. Ja, ja, ja. Und da ist noch jede Menge Platz für weitere Kisten. Ihr seht, ich habe ja hier auch noch einen schönen großen Garten. Ja, 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 ja. Endpunkt Ushiru lässt aber die Pfoten von den Ferkeln. Geld tut mir die ja nicht ärgern. Ja, das wäre dann der Plan. Also würde ich sagen, erst mal schnell da die Kartoffeln auffüllen. Und dann gehen wir ein bisschen Milch verkaufen. Ich hatte da auch so einen tollen Plan, so eine neue Geschäftsidee mit meiner Seife. Mit der Einhornseife. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte man das, ja, könnte man da auch noch quasi so eine Waschpaste herstellen. Und die dann ein bisschen mit Glitzer versehen. Stellt euch mal vor, wie toll das aussehen wird, ja. So auf die Baustellen und in Werkstätten und überall, da würde es nur noch glitzern und funkeln. Genau, das wird Snooze-Plan. Snooze-Beitrag zu einer besseren Welt. Glitzerseifen. Das wird ein Verkaufsschlager, ich sag's euch. Ja, ja. Die wird mir aus den Händen gerissen werden. Vorbestellungen werden übrigens schon mal entgegengenommen. Und nein, die wird es nicht ohne Glitzer geben. Bis jetzt sind eben nur diese zwei Variationen geplant, also Seife am Stück mit Glitzer und, ja, so eine Waschpaste mit Glitzer. Die könnte man eigentlich doch auch in so eine schöne Regenbogenfarbige Dose machen und schön mit Einhörner bedrucken. Das erhöht der Preis natürlich wieder enorm. Das ist ja auch eine unglaubliche Wertsteigerung. Meiner Meinung nach. So, jetzt muss ich mal gucken. Mehr wie 10.000 soll es nicht werden, weil sonst habe ich wieder so einen kleinen Rest vorn dran liegen. 7, 8. Aha, nein, jetzt lasse ich es. Das reicht. 1, 2, 3, 2, 1. ja ja zu euch muss ich nachher auch noch die schäflein warten schon durch das dass ich jetzt den bestand so erhöht habe also hat sie ja quasi verdoppelt fehlt jetzt natürlich gras und wasser aber eins nach dem anderen jetzt ist dann definitiv mal die milch dran wie sieht es denn da mit dem wasser aus haben jetzt gar nicht guckt aber wasser ist glaubt müsste voll sein wie sieht es aus wunderbar hier kann es auch wieder weitergehen so jetzt mache ich aber den kippe gleich weg weil die brauche ich ja erstmal nicht mehr ballenpresse habe ich auch schon mal jetzt auf feld 3 bereitgestellt da muss ich der drescher nur hinfahren so jetzt werden wir wahrscheinlich ja mit dem mp-trag wird es nicht gehen ich glaube nicht dass der das packt ich habe doch den lkw habe ich verkauft also mein mein milch lkw und habe mir dafür das größte korte fast gekauft in den auflieger da unten dolly dazu dann immer aber glaube ich lieber der pinke bomber und ich hoffe es steht jetzt darum wo ich vermute dass es rum steht sonst geht nämlich die sucherei wieder los nein ich sehe es schon ich sehe es lila leuchten am horizont da war jetzt auch noch nichts anderes drin also ihr seht schon das ist nagelneu ich verkaufen ach wer hat denn dabei die kühe schon wieder auflassen So, jetzt wäre es natürlich schon schön, wenn man das, ach so halt, das Fass sollte man natürlich auch auswählen, gell? Sonst ist es halt schlecht mit auffüllen. So, während das Fass auffüllt, können wir jetzt aber schon mal hingehen, weil ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt mit Flüssigdünger spritzen. Hätte ich ihn doch draußen lassen können. Ist mir jetzt ganz so spontan eingefallen, dass wir die Düngerspritze dann auch schon mal herrichten können. Und dann können wir auch gleich mal gucken, ob wir die an unserem Lagertank hier auffüllen können. Ich hoffe doch, dass ich dafür jetzt nichts überladen muss. Mein Gott, habe ich überhaupt eine gekauft? Ich glaube, ich habe gar keine gekauft. Meine Herren. Da ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, was kaufen wir für eine? Also das riesen Selbstfahrer-Ding lohnt sich natürlich nicht. Aber... So, da brauchen wir jetzt den Mod dafür, weil ich habe mir ja das Sprayer-Add-On, also den Sprayer-Mod drauf gemacht. Und da sind ja die drei dabei. Also der Selbstfahrer ist zu groß. Den brauchen wir hier auf keinen Fall. Die hat 28 Meter und die hat 5... Ach Gott, ja klar. Also ich glaube 15 Meter reicher hier locker. Was hat denn die für einen Tank? 4600. Naja gut, das ist auch nicht so schlimm. Da müssen wir halt öfter zum Hof zurück. Aber ich würde sagen, die reicht locker. So. Jetzt lassen wir uns jetzt auch wieder liefern. Quasi. So. Und dann gucken wir jetzt mal, ob wir sie da auffüllen können oder ob ich die irgendwie überladen muss mit dem Fass oder sowas. Ich hoffe ja jetzt mal nicht. Nein, die können wir hier auffüllen. Das ist schön. Gut. Das passt schon mal. Und die steht hier sowieso schon richtig. Da können wir nämlich gleich hier auf die oberen Felder anfangen. Aber wie gesagt, zuerst die Milch. Molkerei sollte ja schon offen haben um die Uhrzeit. Ja, kurz nach 9. Das ist jetzt auch wieder Wahnsinns-V-Kombination. Junge. Ich höre euch ja direkt jetzt schon die Taschentücher auspacken, weil euch die Augen so drehen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das lässt noch mit der Zeit. Ihr gewöhnt euch da dran. Ich empfehle jetzt nicht sein, was wir jetzt für die Milch kriegen. Achso, ich hätte ja mehr gekriegt. Moment. Ach, wobei. Das dauert auch wieder so lange, gell? Ich hätte es jetzt mit dem Fliegel abfüllen können. Ne, Moment einmal. Das habe ich schon mal gemacht. Das lohnt sich nicht. Ne, passt schon. Ich hatte es schon richtig im Kopf. Das rentiert sich nicht. Also wenn man die Milch abfüllt mit meinem Dingelhopperchen, also mit der Fliegel-Palettenbefüllstation, dann gibt es für die Paletten mit den Milchflaschen drauf wirklich nur unwesentlich mehr, als wenn man sie jetzt so aus dem Fass raus verkauft. Ne, ne. Ja, deswegen habe ich das eben auch gelassen. Da lohnt sich der Zeitaufwand nicht. Gut, dass mir das jetzt nur eingefallen ist, sonst wäre ich tatsächlich wieder zum Hof zurück. Hätte Fliegel ausgepackt. Und ja. Hätte die Milch umgefüllt. Ich meine, ich habe das auch in einem, das war glaube ich in einem Livestream, wo wir das zusammen ausprobiert haben und da haben wir festgestellt, dass sich das finanziell eben nicht lohnt. Oh. Oha. Vielleicht nicht gar so schnell machen mit meinen 30.000 Liter Milch. Tö, der Viehhändler. Ja, jetzt wo ich schon mal da bin, habe ich doch tatsächlich nochmal eine Anfrage von dem gekriegt. Fasst man das? Fasst man das? Ist doch nicht zu fassen. Ich sage doch, die Leute akzeptieren kein Nein. Unglaublich. Was haben wir überhaupt für Abkippseite? Waren wir hinten? Jawohl. Rohmilchannahme. Genau. Da wollen wir hin. Ach, das ist ja wieder. Hehehehe. 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 Jetzt sag einfach, du kannst schon hier verkaufen. Ja, geht doch. Hehehe. 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 So, die Milch verkauft ja auch allein, müssen wir bloß ein Auge drauf haben, dass wir sehen, wie viel es geworden ist. Ich warte jetzt noch, oder? Ne, ich kann ja schon mal hier das Ingster aufmachen. Na, das dauert. Jetzt wird es gleich spannend. Das könnte jetzt eigentlich so die ganze Zeit weitergehen, oder? Wäre auch nicht schlecht. Also, ich fände es gut. Immer schön nach oben. Ah, geht der Kontostand nach oben, wird dies nur das loben. 11.999 Euro. Naja, 12.000 Euro für 30.000 Liter Milch. Und da kann ich noch ein paar Mal fahren. Ja, und ihr seht jetzt hier schon, ich habe mir mal das Kontrollpanel aufgemacht von diesem Sprayer-Add-On, von diesem Sprayer-Mod. Und ich stelle mir das einfach jetzt hier, oder habe es mir auf Automatik gestellt. Da kann ich nämlich hier jetzt rumkurven in der Gegend, wie ich lustig bin. So, das macht er nämlich selber aus, wenn ich hier wieder so meinen Stiefel zusammenfahre. Und da brauche ich jetzt auch gar nicht mehr großartig rumrangieren. Wieso kippelt denn der so? Ist der vielleicht ein bisschen zu schwer für den MB-Truck? Oh ne, 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 das geht nicht. Und bevor ich mir jetzt da auch, bevor ich jetzt da rumtue mit GPS für das winzig kleine Feld. So, das Infofenster können wir wieder zu haben. Das brauche ich jetzt nicht mehr, sonst sind wir sonst immer ein bisschen sehr viel Fenster offen. So, jetzt können wir nämlich da auch wieder, ohne dass das uns jetzt großartig, ja, viel Flüssigdüngerverlust kostet, oder Zeit beim Rumrangieren oder so, oder dass wir sie ausmachen müssen. Jetzt bleibt bloß nur der Tempomat reinmachen und dann muss ich einfach nur lenken. Eigentlich müsste er ja jetzt hier das schon gedüngte, ja, erkennt er auch. Also, ich finde den, also den Mod finde ich richtig gut, bin ich absolut begeistert davon. Das ist schon eine enorme Erleichterung und Vereinfachung jetzt mit der ganzen Geschichte hier selber. Ich kann jetzt einfach zufahren, ich brauche das nicht mehr, ich brauche die Düngespritze nicht mehr ausmachen. Brauche auch nicht rumrangieren, da fahre ich nämlich jetzt einfach nur bis da hin. So, da fahre ich zurück und dann macht er das selber aus. Sehr schön, das gefällt mir. Flüssigdünger stellen wir jetzt eben auch selber her. Also, von daher, das heißt, wir können eigentlich alles, was jetzt so anfällt an kompostierbaren Sachen, können wir alles Kompost draus machen und Geld. Da sind also die Ausgaben dann für das Nitram, das man braucht, um den Flüssigdünger zu mischen, sind da also mehr als abgedeckt, da haben wir das locker wieder drin. Ja, und dann würde ich sagen, komme ich für diese Folge zum Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich wünsche euch bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und sage Tschüss. Tschüss.